...2006, wir haben die Startphase noch mal sehen, den ersten Zwischenfall und vor allem Ader, jetzt rechte Bild dran, den schweren Unfall zwischen Tracy und Bourdais. Anderer Blickwinkel noch mal, also Stauchung ist wohl das Mindeste, was ja bei Franzosen wohl passiert sein könnte, hoffentlich, hoffentlich wirklich nicht mehr. Und wirklich wie üblich der ominöse Turn Nummer 1 und vielleicht sollte man wirklich von Seiten der Rennleitung nicht auf die Fahrer hören, sondern sollte sagen, Leute, ihr wollt...